Mein Name ist Sarah Oswald. Ich bin Moderatorin für 105 im Spreeradio. Ich bin Berlinerin und ich bin Unionerin. Und da im Stadion an der Alten Försterei erlebe ich immer wieder Zusammenhalt. Und das ist mein Grund für Zuversicht. Denn egal wie unsere Mannschaft spielt, da wird niemand ausgebucht. Wir halten immer zu unserem Team und zusammen. Und wenn wir das in Deutschland grundsätzlich so machen, mehr Zusammenhalt, dann wird das richtig gut. Und was ist dein Grund für Zuversicht?